Es gab ja viel Kritik in den letzten Monaten an Olaf Scholz. Es gab Kritik aus der Opposition, klar, aber auch aus der eigenen Partei. Hier zum Beispiel vom Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Bochum-Hamme. Ich möchte halt auch nicht immer schön reden. Also, das ist halt nicht so, wie es sein sollte. Und da, oder mit dem Wumms und Doppelwumms und so. Da denkt man sich auch, ja, was soll das? Der soll einfach das Land vernünftig regieren und fertig aus. Ganz einfach.